Mein Name ist Michaela Pleidinger und ich betreibe gemeinsam mit meinem Vater unseren Disschreibetrieb in Langschwarzer bereits in fünfter Generation. Wir gestalten Innenräume und erzeugen die Möbel dafür dann in unserer eigenen Werkstätte. Unsere Kunden sind nicht nur Privatkunden, sondern auch kleinere Büros und Geschäfte, vorwiegend im Waldviertel und auch im Großraum Wien. Wir besuchen unsere Kunden, bringen Ideen mit und gestalten gemeinsam ihren Innenraum. Unsere Entwürfe werden dann in unserer Werkstätte handwerklich umgesetzt, so dass sie langfristig Freude mit ihren Möbeln haben. Beim ersten Termin besprechen wir ihr Einrichtungsvorhaben, fertigen eventuell schon erste Skizzen an, ich bringe ihr meine Ideen mit, sie lassen ihre Bedürfnisse etwas einfließen, sie haben sicher schon Vorstellungen, wie das netto werden könnte. Worauf wir besonders stolz sind, ist auch unser Showdown. Wir haben diesen eigens für unsere Kunden gestaltet, um ergänzend zu unseren Planungsvorschlägen Disschler-Handwerk hautnah sozusagen begreifen. Es ist für jeden was dabei. Unsere Kunden haben von der Planung über die Erzeugung bis hin zur Montage nur einen Ansprechpartner. Dies garantiert, dass wirklich alles sitzt und passt. Der Mitarbeiter, der das Möbel in der Werkstätte erzeugt hat, kommt auch zu Ihnen und montiert dieses Vorwort. Ein besonderes Highlight für uns ist die Wohnen- und Literaturmesse in Wien. Einmal im Jahr verlassen unsere Möbel unseren Schaudamm und wandern auf unseren Messestand. Dort haben unsere Wiener Kunden die Gelegenheit mit uns ins Gespräch zu kommen und unsere Möbel hautnah zu begreifen. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal.